Okay, genug jetzt. Konzentrieren Sie sich auf die Mission. Ich will keine Fehler erleben. Ah, na also. Forster, Meeks, haltet eure Augen offen. Oh, okay. Erlangen Sie Zugang zu den Projekt KG 348 Forschungslaboren und damit Hallo und Herzlich Willkommen zurück auf der Sevastopol zur Let's Play. Die Sevastopol liegt in den letzten Zügen. Sie stöhnt und ächzt. So, bist du da? Oh, ich gehst ja noch. Da dreht Wasser doch letztes Mal. Fiel mir gerade noch ein... Ich könnte ja noch was bauen, weil ich glaube, letztes Mal... Ah, jetzt kann ich das nicht nehmen. Warum kann ich das jetzt nicht nehmen? Ach so, okay. So glaube ich. Jawohl. Jetzt müsste es gehen, oder? Jawohl. Boah, guck doch mal die Lichtstimmung hier. Wie geil das denn aussieht hier. Ist der Hammer. Es ist einfach der Hammer. Das ist aber weniger der Hammer. So, komm, lass uns verduften. Was ist denn das? Wird hier der Müll ins All entsorgt? Oder was ist das für ein Schacht hier? Seht ihr die? Da kann man, glaube ich, was ins All feuern. Ich hoffe, ich bin's nicht. So, komm, aufbrotzeln. Aufbrotzeln. Komm, Amanda. Mach hin. Mach hin. Los, los, los. Komm, mach, 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 bevor die Xenia kommt. So. Hebel benutzen. Ja, benutzen. Komm, benutzen. Und Ratsch. So, jetzt ist gut. Wait, ich bin rein. Das Labor kann von der Hauptstation getrennt werden. Bringen Sie es wieder online und wir können die Systeme erneut verbinden. Stellen Sie den Strom zum Labor wieder her. Tja, ich glaube, ich gehe hier gar nicht mehr raus am besten, oder? Weil hier oben kann die Xenia nicht rein. Aber, ah, scheiße, da kann sie natürlich rein. Ich bin aber auch ein Traktal. Ah, warte mal. Oh, scheiße, hier war sie auch schon. Und ihr, hier war es auch schon, ihr seht's Blut. Ja, da zittert sie auch, Diameter. Ui, was nennt das? Wieso ist denn die Leiter so golden? Ist das die Leiter, die zum Himmel führt? Oder führt die Leiter in die Hölle? Keine Ahnung. Wir werden es jetzt rausfinden. Was steht da? Die Touchable External Module. Ja, das kann sein. Uh. Mein Lieblingsobjekt. Oh, jetzt rappelt sie wieder. Ich muss den immer kurz dücken, sonst rappelt sie beim Gehen. Halt mal auf, ihr mit deinem Gesor, sonst zönde ich dich an. Kann ich da, kann ich da so ein Ding jetzt anziehen? Nein. Seht ihr das? Das ist so ein bisschen gepanzert. Vielleicht hilft das was gegen die Xenia. Das wäre doch mal super, oder? Nein, die Sheriffs, die Marshals, die hatten ja so richtig vollgepanzerte Astronautenanzüge. Vielleicht hilft das was gegen das Xenomorph. Du, bist du schon da? Nein, ein dunkler Gang. Komm ins Licht, Amanda. Komm ins Licht. Deine Mama ist auch schon da. Uh, verdammt. Bist du schon da, Xenia? Wartest du schon auf mich? Oh, okay. Das war ich. Okay, was muss ich denn jetzt hier tun? Bevor ich jetzt hier rausgehe, stellen sie den Strom zum Labor wieder her. Ja, okay. Und wo geht's lang? Ach du Scheiße, das geht hier alles voll außenrum. Seht ihr das? Oh, Mann, oh. Das war ja klar. Warum auch einfach, wenn's auch schwierig geht. Oh, ein halber Alfred. Der liegt an seiner Soße. Sag mal, kann ich da was setzen? Ja, klar. Komm, nimm's auch jetzt. So, jawohl. Oh, Scheiße. Sie kommt runter. Oh, Scheiße. Sie kam grad runter. Lass mich zurück. Lass mich zurück. Ich wollte nur noch was setzen hier, wenn's geht. Ey, das hab ich ja schon. Oh, ich bin schon wieder ganz nervös hier. Verdammt. So, vielleicht hier noch? Nein, was fehlt mir da eigentlich? Nein, nein, nein. Eine subkutale Impfpistole. Nein! Komm, jetzt auf. Lauf. Jetzt ist sie grad hoch. Jetzt, da, da musst du hinlaufen. Lauf da hinten. Boah. Guck doch mal nach draußen. Man sieht die Station. So, so. Hier rein, oder? Nein! Nein! Sie ist grad runtergekommen. Oh, verdammt. Oh, hier kann ich denn rein! Oh, es ist leer. Es ist leer. Nein, du sollst nicht aufmachen. Du sollst in die Hand nehmen. Oh, verdammt. Lauf, 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 lauf. Lauf. Lauf vom Himmel. Oh, zu. Zu. Ja, ich muss wirklich. Ich muss außer. Komm, es gibt keinen anderen Eingang. Oh, da liegt wieder ein Freterboden. Du Drecksa. Da muss ich wahrscheinlich nachher raus. Ich sehe das schon kommen. Darum liegt der noch da. Der liegt doch nicht umsonst da. Ist doch immer dasselbe hier. Geile Aussicht wieder. Boah, geil. Oh, scheiße. So, hier muss ich irgendwo... Aha, aha. Ich sehe es. Ich sehe es. Aha, aha. Emergency. Notfall, Notfall. Seif an, seif an, seif an. So. 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 Und da hinten muss ich wohl was. Oh, scheiße. Da ist sie ja. Seht ihr sie? Da unten ist sie. Nein, hier drin ist sie. Oh, du sollst vielleicht... Nein, 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 den nimmst du nicht. Sonst zieht sie mich wegen dem Feuer. Sonst zieht sie mich. Oh, sie steht da im Graben. Wie hört sie? Nein, nicht den Geräuschmacher. Die Rohrbombe. Nimm die Rohrbombe. Nimm die Rohrbombe, habe ich gesagt. Warum nimmst du die Rohrbombe nicht? Verdammt, ich scheiße mich noch einmal. Warum nimmt sie die, die dumme Kuh? Ah, ich bin aber auch ein Trottel. Ich mache das ja völlig... Oh, verdammt, bin ich nervös. Ich mache das ja auch ganz falsch. Jetzt kommt es gleich wieder runter, oder? Oh, scheiße. Es war schon hier. Es hat schon jemanden hochgeschleift. Ihr seht es, oder? Ai, ai, ai. Taschenlampe. Ja, brauche ich nicht. Scheiß drauf. Ja, da ist ja gar nichts drin, was ich gebrauchen kann. Was sind das für Scheißkästen? Ist die jetzt draußen? Ja, klar. Ja, klar. Ah, scheiße. Kommst du jetzt hier runter? Da hat es einen hochgeschleift. Da muss eine Leiche drin liegen. Die tropft da noch vor sich hin. So, jetzt. Was denn jetzt? Was muss ich denn machen? Ah, fuck. Stimmt. Ja, ja. Das wird dieser Schalter sein, den ich da gesehen habe. Oh nein, 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 nein. Ich könnte vielleicht hinterm Tisch mich schon mal in die Nähe schleichen. Mach doch mal die Kiste weg da. Sehr leer. Dreck. Jetzt kommt sie hier runter, oder? Nein, sie ist weg. Ich glaube, sie ist weg. Komm, auf, auf, auf. Auf. Lachen wir auf. Super. So, jetzt. Ratsch, komm. Mach, mach, mach. Und zack. So. Oh, verdammter Krach, Männer. Hat sie noch was auf dem Tisch? Geschafft. Ich sehe eine Spannungsspitze. Verbinden Sie jetzt am Bendienpult ins Zentrallabor und die Laborsysteme wieder mit der Sebastopol. Wir verlassen uns auf Sie, Ripley. Hä, du blöder Komiker. Gefahrenstopp-Leg registriert. Aktivieren Sie das primäre Alarmsystem. Ha, ha, ha. Wo muss ich das tun? Wo muss ich das machen? Ja, super. Super. Genau auf der anderen Seite. Ganz toll. Ganz toll. Genau auf dem... Ah, jetzt kann ich hier rein? Das ist natürlich supi. Lass mal nach, den Scheiß. Komm, lass nach. Wo bist du? Nicht da. Okay, sie ist nicht da. Ja, so, jetzt kommt sie. Sie kommt, sie kommt, sie kommt. Mach, 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 mach das Ding an. Äh, was, was ist? Warte mal, hier, 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 hier. Das da. Und, äh, das da. So. Voilà. Okay, okay. Initialisiert. So. Und du? Oh, verdammt. Oh, fuck. Entkommen Sie. Ah, ha, ha, ha. Wie soll ich denn hier entkommen? Nein. Okay, sie geht. Sie geht nach links. Da gehe ich jetzt nach rechts. Ich kann es nicht nehmen. Ich kann es nicht nehmen. Wo muss ich überhaupt hin? Verdammt, wo muss ich hin? Ja, super. Alles wieder außenrum. Oh, soll ich speichern gehen nochmal? Habe ich versucht das, oder? Nein. Nein, 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 oder? Ja. Scheiße. Jawohl. Komm. Ich versuche das. Wenn ich jetzt getötet werde. Ah. Dann darf ich das nochmal machen. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh. Wo bist du? Ja, super. Ah, nee. Wollen Sie sich nicht, laufen Sie weg? Verstecken Sie sich, oder gehen Sie aus der Sichtlinie? Länger Sie sich verstecken, umso wahrscheinlicher schütteln Sie. Ja, am Arsch. Ist doch gar nicht wahr. Ja, umso wahrscheinlicher werde ich gefunden. Geschafft. Ich sehe eine Spannungsspitze. Ja, spitzenmäßig, dass du die Spannungsspitze siehst. Ah, verdammt. So, ich muss hier rein, auf jeden Fall. Das weiß ich. Verdammter Dreck. So, hier musst du drücken. Komm. Also. Ah, warte, warte, warte. Da, da ist es. Das da. Ah, okay. So. Initialisier. So. Jetzt geht wieder der Krach los, oder? Waffenstoffe bestätigt. Sicherheitsverfahren mit geöffnet. So, und jetzt wohin? 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 Äh, hier. Aus. Jetzt gehe ich aber nochmal speichern. Achtung. Bitte verhalten Sie sich ruhig und legen Sie zunächst gelegenen Ausgang. Oh, scheiße. Wo kommt denn das Gehupe her? Was? Scheiße, macht das einen Krach? Wenn die, wenn die Olle da die, die Schächte hochwitzt. Oi, 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 oi. Gar nicht gut. Gar nicht gut. Achtung. Bitte verhalten Sie sich ruhig und legen Sie zu nächst gelegenen Ausgang. Ja, wirklich, ja. Wie soll ich mich denn beeilen? Diesmal werde ich speichern. Auf, Teufel, komm raus. Weiß es. Darf ich das hundertmal machen hier? Ich sehe das nämlich kommen. Bist du noch hier drin? Da draußen ist sie. Wach, 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 wach. Wach doch vorwärts. Sie ist doch schon hinter mir. Ich höre sie doch. Oi, oi, oi. So, jetzt nichts wie weg. So, jetzt nehmen wir hier eine Abkürzung. Komm, oder? Bin ich hier richtig im Raum? Ich glaube, oder? Warte mal. Ja, ich glaube. Wenn ich hier rausgehe, oder? Oh, 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 sie kann. Ah, ich bin unten. Ich bin unten. So, jetzt lass mich mal gucken. Oh, oh. Oh, hier bin ich im Licht. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Hier ist besser. Hier kann ich sie sehen, aber sie hoffentlich mich nicht. Okay. Ey, mal gucken. Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Ah, fuck. Okay, ich bin... Ah, ich bin ja fast vor der Tür. Okay. Ich bin beinahe zurück. Supi. Supi. Oh, warte, warte, warte. Jetzt lässt sie mich wahrscheinlich wieder raus, oder? Ja, war ja klar. Jetzt kommt sie hierher. Das war ja klar. Die geht auch nicht mehr weg, oder? Okay, los. Los. Nichts wie raus hier, komm. Oh nein, oh nein. Zur Tür. Nein, nein. Tun Sie mir das nicht an. Oh, die Station trudelt wie Sau. Scheiße, was ist denn das jetzt? Ich bin schwerelos. Ich bin schwerelos. Verdammt, was ist denn das jetzt hier? Au. Au. Ah, verdammt. Aua. Wetter, witz. Sie fängt in die Scheiße. Ja, und wo ist die? Wo ist die Luftschleus... Oh, das Ding zählt ja, dass das trudelt wie Sau hier. Das tut mir leid, Rable. Wo ist das? Wo ist die, dieses Luftschleusen-Dingens da? Jetzt ist der Schach zu, ja? Super. Jetzt lasst doch mal los den Scheiß. Warum lässt du nicht los? Die Amanda ist angeschlagen. Die hat sich verletzt. Die läuft ganz schief. Seht ihr das? Die läuft ganz schief. Oh, das Licht ist auch aus. Seht ihr die Amanda? Die hat sich verletzt. So, lass mich gucken. Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Muss ich es jetzt besser hier rein? Oh nein, 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 nein. Das ist gar keine gute Idee. Scheiße. So, hier. Aha, ein Freight. Wie soll ich den drücken, wenn der blöde Freight da ist? So, komm. Lass mich die abwickeln. Oder? Wie soll ich den? Jetzt muss ich den anzünden am besten, oder? Der packt mich doch jetzt an, weil ich muss ja da an den Schalter ran. So, jetzt holen sie mich hier aus dem Schacht, oder was? Oh, verdammt. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Oh, die soll sich jetzt verziehen, die Olle. Oh, merken, ist die Amanda? Die ist ganz kumm. Die ist ganz kumm jetzt. Okay, ich werde es wohl ablenken müssen, schätze ich. Mit dem Geräuschmacher oder sowas. Ich schmeiße da was raus. Und dann gehst du vielleicht da hin, oder? Oh, scheiße. Hörst du mich? Siehst du mich? Wo bist du? Boah, das ist die Hölle. Das ist wieder die Hölle hier. So, komm, mach mal auf. Komm, mach auf. So. Los, jetzt. Jetzt rennt's da hin, oder? Wenn ich Glück habe, rennt's jetzt da hin. So, und ich glaube, ich muss hier hoch. Ich glaube, ich muss hier raus. Äh, noch ein bisschen nach... Darüber, äh, oder? Kann ich hier auch raus? Nein, das geht wieder nicht. Okay, da muss ich wohl drin. So, jetzt, jetzt, komm. So, wo ist es? Ist es jetzt da hin? Oh ja, ich glaube, es ist weg. Okay, jetzt raus, komm. Raus, aus, aus. So, jetzt ist der Fred kaputt, hoff ich, oder? So, Schalter benutzen, super. Oh ja, 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 wach, wach ich. Ich warte. Aber nicht lange, bitte. Oh nein, Hupen. Oh nein. Verdammt. Das ist ja fast nicht zu machen. Se, Täter sind anfällig für physischen Schaden, wenn sie gelähmt sind. Diameter ist auch anfällig für physischen Schaden, ohne dass sie gelähmt ist. Ja, tut mir leid, meine Liebe. Ich dachte, ich könnte jetzt die Tür noch machen da. Aber nein, das hat nicht mehr gereicht. In der nächsten Folge versuche ich das noch mal. Bis dahin, meine Lieben. Tschüssi. 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 Tschüssi.